Tag 1, ich glaube wir checken jetzt mal hier, sehe ich hier die Starthilfe, das könnte nicht schaden. Sogar personalisiert hier mit Emily und Heike, gibt es auch Männer, ne noch eine Manuela, drei Frauen, aber charmant, nehmen wir gerne. Rechnungslayout anpassen und erste Rechnungen schreiben an mit Video, nice, okay. Dann bisschen Sound einstellen hier und dann checken wir mal hier rein. Gut. Hallo, mein Name ist Emily vom Lex Office Team. So, jetzt skippen wir ein bisschen. Falzmarke, fresh. Als nächstes wechsel ich zum Logo. Haben wir bisher jedenfalls nicht drin, die Falzmarke eigentlich. Rechnen wir hier ein Logo hoch. Okay, sieht nice aus. Unter den Tag. Okay, Video zum Rechnungslayout, mal zum Reinschnuppern war jetzt irgendwie doch auf jeden Fall hilfreich. Bisschen langfasst für meinen Geschmack, wir leben ja in schnelllebigen Zeiten. Ich würde sagen, wir gehen in die Praxis. Das guff sentences Use the besser als derzeit. Bis zum nächsten Mal, fazer weます!